Ja, hallo, ich bin Mavitrice Schwinn. Ich habe das Spoken Bird Theater begründet. Ich bin Schauspielerin, Poetry Slammerin und auch Regisseurin. Das hat sich so entwickelt mit der Zeit. Ich arbeite mit ganz wunderbaren Kollegen zusammen. Wir sind nämlich lustigerweise nur Frauen. Das liegt ein bisschen daran, wie wir inszenieren. Dazu erzählen wir später mehr. Genau, und ich... jetzt habe ich ein Theater. Ja, ich bin eine der lieben Kolleginnen. Mein Name ist Janina Keppel. Ich bin Sängerin, Schauspielerin und Vokalpädagogin. Und ich komme aus Köln. Und wir haben uns auf einem Job zusammen gefunden, kennengelernt und haben gemerkt, dass wir gut zusammen arbeiten können. Und seitdem läuft das. Genau.